Ich begrüße Sie hier in unserer Familienfirma Illisin & Sohn in Hennstedt-Ulzburg. Wir produzieren hier Duschsysteme für die private und professionell gewerbliche Verwendung. Und diese möchte ich Ihnen gerne vorstellen. In Hennstedt-Ulzburg fühlen wir uns zu Hause. Mit Mitarbeitern aus der Region stellen wir schon in zweiter Generation hochwertige Produkte her. Diese Duschbrause wird schon seit vielen Jahren in der Hotellerie und beim Friseur eingesetzt. Die Duschbrausen von Illisin & Sohn sind mit 6 bis 7 Liter pro Minute sparsamer als herkömmliche Duschbrausen. Die Lebensausdauer ist erheblich länger als bei herkömmlichen Duschen, aufgrund dessen, dass wir Metalle verarbeiten. Wenn Sie den Wasserstrahl beobachten, sehen Sie ein schönes, geschlossenes Regentropfenfeld. Durch die außergewöhnliche Tiefenwirkung wird gerade langes und zum Beispiel gefärbtes Haar richtig zügig ausgespült. Man sieht die großen Tropfen fliegen, es entsteht sehr wenig Spritzwasser oder Aerosole. Es entsteht weniger Wassernebel und der Beschlag an Spiegel, Kacheln und Armaturen ist erheblich weniger. Bei uns geht die Arbeit Hand in Hand. Qualitätssicherung ist immer noch Chefsache. Unsere technisch hochgeschulten Mitarbeiter sind für Sie täglich erreichbar. Rufen Sie uns an, wir können Sie sicherlich schon am Telefon technisch beraten oder eben auch Lösungen finden. Bei Illisin & Sohn ist Entwicklung, Design und Produktion alles in einer Hand. Aerosole Untertitelung des ZDF, 2020